Herzlich Willkommen bei PlanetPress Connect. PlanetPress Connect ist ein benutzerfreundliches Software-Tool für alle Ihre datengesteuerten Kommunikation, Geschäftsprozesse und noch viel mehr. Werfen wir mal einen Blick hinein. PlanetPress Connect besteht aus drei Modulen, dem Data Mapper, dem Designer und dem Workflow-Modul. Diese Module arbeiten eng zusammen, um das Beste aus Ihren Daten zu holen. Außerdem gibt es auch noch Capture on the Go, unser neuestes dokumentenbasiertes Programm für elektronische Formulare und digitale Datenerfassung. Wir beginnen mit dem Data Mapper. Die Hauptaufgabe des Data Mapper besteht darin, die Verwendung Ihrer Daten zu vereinfachen, indem er diese in ein generisches Format konvertiert, sodass Sie sie in allen künftigen Kommunikationen verwenden können. Sie extrahieren und klassifizieren die Felder, die Sie benötigen, benennen sie um und sortieren sie wie gewünscht. Das Programm erzeugt sogenannte Datenmodelle, die immer wieder verwendet werden können, sodass Sie Daten aus gleichartigen Quellen immer wieder damit extrahieren können, ohne jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen. Sind sie einmal erstellt, können Sie vom Workflow-Modul genutzt werden, um Sie bei der Automatisierung Ihrer Unternehmensprozesse zu unterstützen. All das ist super einfach dank unserer Drag & Drop Oberfläche. Als nächstes haben wir den Designer, der Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Dokumente für Ihre Geschäftskommunikation helfen soll. Was auch immer Sie gestalten möchten, Sie können mit ein und demselben Design-Tool Dokumente zum Drucken, für den E-Mail-Versand oder eine Webseite erstellen und gemeinsame Ressourcen teilen und sparen hierbei Zeit. Das Beste, die Dokumente basieren auf HTML und CSS, was Ihnen absolute Flexibilität für Ihre Layouts verleiht und Sie die Begrenzung rein an seitenbasierter Design-Werkzeuge niederreißen lässt. Und dank der Integration von JavaScript können Sie Funktionalitäten, an die wir vielleicht nicht gedacht haben, die Sie aber im Programm benötigen, hinzufügen. Aus dem Designer werden die verfügbaren Dokumente dann an das Workflow-Tool übergeben, um sie bei Bedarf zu verarbeiten. Das in den Designer integrierte Ausgabemodul ist aufgebaut wie ein Assistent, der Ihnen volle Kontrolle über das Format Ihrer Ausgabeergebnisse verleiht, sei es, um eine passende Drucktechnologie zu wählen oder um erweiterte Finishing-Auktionen einzustellen. Sie können OMR-Markierungen einfügen, Schnittmarken und Stapel Ausschussanweisungen festlegen oder Ihren Job splitten und sortieren. Schließlich kommen wir zu unserem Workflow-Tool, einem wirklich tollen Verteiler-Tool. Es nimmt die im Data Mapper aufbereiteten Daten und die Dokumente aus dem Designer und verarbeitet diese. Sie können damit Prozesse anstoßen, Arbeitsschritte automatisieren oder Ihre Kommunikationen online, als E-Mail, im PDF-Format oder als Ausdruck ausgeben. Mit PlanetPress Connect entscheiden Sie, wann, wie und in welcher Form Sie kommunizieren. Mit diesem großartigen Allround-Werkzeug können Sie zahllose Anpassungen an Ihren Daten vornehmen, bevor Sie diese herausgeben. Sie sehen, PlanetPress Connect passt sich Ihrem Unternehmen an, nicht andersherum. PlanetPress Connect schließt die Lücken zwischen Ihren Systemen, sodass Sie vorhandene Informationen optimal nutzen und Ihren Kunden den Service bieten können, den Sie verdienen. Mit all diesen Funktionen, die nur ein Mausklick entfernt sind, können Sie endlich wieder selbst bestimmen, wie Sie arbeiten möchten.